imma fuck up my life, imma fuck up my life, we gon party all night du brauchst dein account ey rausche ich? nein ja man übelst ja oder nein? nein warum sagt mwold dann ja du arschst? er hat dich verarscht ok warum solltest du rauschen? weil mein vader mein headhead umgestellt hat mein vader? ne ja weil er dumm ist ne rausche ich gar nix digga alles gut möchte ich eigentlich ganz normal werden guck mal wie die aufs decken alter einsatz gehärtet ja das ist alles auf deutsch gell auf einmal ich weiß auch nicht warum das auf einmal deutsch ist boah der hat ne böse schiller bekommen die sind clean boah der hat mir gegeben ist er egg? aug hast du geschossen oder was? ne der hat mir auch gehabt aug soll glaube ich böse sein mann ja aug ist gut das sind loopwaffen ja ho ho boah lass den mal ficken alter dann schreit was ist das zu notrohr ja 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 wer ist dass ich schon hier kommen hätte ja und ja so ein assi oder irgendwie so komisch gefäße aber ich glaube die sind echt viel leidste glaub schon sie treffen nur so leidit am spiel guck mal wie schlecht die sind alles oh vielleicht schlecht also wenn sie cheater dann sind sie richtig grobe leidit leidit halt ja ohne w h oder so aber wie du auf mich fokussiert war jawoll das ist doch kein global der ist doch boosted zu spiel jungen mann alles so wie die spiele von der art her man so spiele gold mg im wieder jungen r jungen 08? Vielleicht wollen die auch DRanken, dicker. Vielleicht sind das so HONDER. Ja wie schlecht, die sind blöd. Global halt die einzigsten Killen, ja der trickt halt manchmal schon ein bisschen, der Global Flasher Real Ranked Global. Oh Alter, sah irgendwie voll komisch aus. Von hier? Voll verzugt irgendwie. Ohoho! Verflick, Alter. Verflick, Alter.